Hallo, willkommen bei diesem Kampf. Heute will ich Ihnen zeigen, den Kampf mit den Göttern. Heute kämpfe ich nur mit zwei Göttern gegen fünf böse Mächte, zum Gokugitee, aber nicht in Saiyajin-Form. Ich habe nämlich noch einen Charakter, und zwar den Gott Tengohan zu Saiyajin 2. Nun, mehr werde ich nicht benutzen. Jetzt kommen wir zu den Verlierern natürlich. Baby, in zweiter Form, ein Lusche, der gar nichts kann. Super-Sipsel, ein Cyborg, der aber auch nichts kann. Dann haben wir ebenfalls noch Nova-Shenlong. Und... Und... ...Shenlong. ...und... ...Dämonenkönig Piccolo. ...und... 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 und die Krampel-Race und die Krampel-Präsidenten der Tatum. Are you ready? Come on! Let's do it! Eat this! Come on! I just have to take this one out. Ow! Go! Wuuun! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 I knew you'd kill me. Here goes! Buh-Bah! No! Team Piccolo Town! So cool! Was? Was? Das ist nicht los, dass du das. Das ist kein Album. Wir haben es. I've got you! I just have to take this one out. So, let's go! I'll finish this! Get out! Now! All the fighting's finally over. Gewonnen hat Team Götter. Ende.